Hallo, mein Name ist Stefan. Ich würde mich gerne vorstellen... Ich würde mich gerne vorstellen... Ich wohne. Ich wohne jetzt. Ich wohne zu sein. Ich wohne. Ich wohne auch in der Tat, ich wohne jetzt. Ich wohne auch in der Tat, Ich wohne dann, Ich wohne. Und dann istest du wirklich? Ich wohne Alessandro, ich wohne. Ich wohne. Ich wohne toujours. Als ich hier in Moskland bin, bin ich sehr begeistert, ich liebe mich sehr, die Küche ist gut, die Leute sind sehr heiße, es gibt nur ein Wetter, aber für heute ist alles gut. Ich bin hier, das ist mein Foto Contrabass. Amplificiert. Und ich habe jetzt den Sonnen. Jetzt kommt ein Sonnen, ich kann es sich um, aber vielleicht wird ein neues Sonnen. Ich erzähle auf Deutsch, was passiert, wenn er berührt. Wenn er berührt, wird er einen Feedbackkreis schließen, das heißt, es wird sehr laut und Strom wird fließend und es wird diese Stille füllen. Das kommt ja noch weiter. Das ist so geil. Jetzt macht er sich ein بد? Das war immer ein Sôngnen. Das wird sein Sack. Was ist das? Und wenn ich dich hallo? Aus dem Ausrunk dok��stellen kann ich ihr? Und dann werden wir mit dem Rollen-Dial zu. Das ist die Zofra. Das ist die Zofra. Das ist die Zofra. Das ist die Zofra. 40, 40. 40, 40. Okay, okay, gut.